Fremde aus fernen Ländern, langjährige Freunde. Ihr seid hergerufen worden, damit wir auf die Bedrohung Mordors reagieren. Mittelerde steht am Rande der Vernichtung. Niemand kann dem entgehen. Ihr müsst euch verbünden, oder ihr geht unter. Jedes Volk ist diesem Schicksal ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb. Hole den Ring heraus, Frodo. Was ist denn das? Staberl. Oh, das Bleder. Egal, freilich. Ist ja logisch, nicht? Hörst du, Würstel? Bist du angesoffen? Oder hast du einen Glöpfer? Oder müsst ihr mich vielleicht am Schmäh halten? Gehörst, hörst du nicht da über die Häuser. Wir reden mit dir. Ach so ist das. Bist du so teppert, oder stehst du nur so? Ach nein, der ist ja so teppert. Egal. Hab mich schon da nicht einhörst. Es gibt nur einen einzigen Weg. Der Ring muss vernichtet werden. Ein Rahm ist wieder oben, dass die Funken spritzen. Hilfe! Der Mann, der vierte sich auf. Das geht auf kein Kur her. Ich mach auf. Lass das, lass das. Du machst mir nur alles erst, ich weiß. Rät dann so geschehen. Dann besucht da alles erst. Spart deine Witzigen bei mehr Tagen. Ich gebe nichts. Mir gibt dir auch keiner was. Warum sollen wir für die anderen interessieren? Für mich interessiert sich auch keiner. Bin ja jedem halsch. Lass mich mal jetzt mal vor dem Gesedle heissen. Was haben Sie angestachten? Was heißt denn? Wir brauchen doch gar nicht reden! Es gibt gar keine Schord auf das Herz! Geh doch zu ihr daheim! Da ist zu ihr daheim, woher kommen sie an! Wollen sie doch in einem Möbel, sie lassen sie daheim auf! Arschtnach, Gimba, du! Arschtnach! Wer hat euch denn gefragt? Hat euch jemand gefragt? Geht schlafen, guckt den Ort, hat sich am Paar. Bitte, was du willst, pack deine sieben Zwitschgen zusammen und zieh dich an mit der Schnallen erst! Geht schlafen, guckt den Ort!